In dieser Lektion geht es um Beispiele für Learning Analytics Dashboards im Bereich von Learning Management Anwendungen. Dazu sehen wir uns in diesem Video den sogenannten Learners Corner genauer an. Dieser wurde im Rahmen des Projekts Learning Analytics Studierende im Fokus entwickelt und soll Lernenden helfen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und selbstreguliertes Lernen zu unterstützen. Der Learners Corner wird gegen Ende des Projekts unter einer freien Lizenz Open Source veröffentlicht. Was selbstgesteuertes Regulieren genau umfasst und wozu Learning Analytics Dashboards dienen, wurde bereits in Lektion 2 im Detail behandelt. Der Learners Corner setzt auf das Lytix Framework. Dieses wurde im Rahmen mehrerer Projekte stetig weiterentwickelt und dient neben dem Learners Corner auch anderen Learning Analytics Dashboards als Basis. Das Kurs Dashboard dient ebenfalls dem selbstregulierten Lernen. Dieses durften Sie bereits in der vorherigen Lektion näher kennenlernen. Eine andere spezielle Ausrichtung hat das Creators Dashboard. Dieses wurde für die Kurserstellerinnen hier auf iMux.at entwickelt und unterstützt diese dabei, den Überblick über ihren eigenen Kurs zu behalten. Das Lytix Framework zeichnet sich durch seinen modularen Aufbau aus. Die strikte Trennung zwischen Front und Backend sowie die Auslagerung der Widgets in eigene Sub-Plugins macht die Anpassung bestehender, aber auch die Erweiterung um neue Widgets unkompliziert. Aufwendige Berechnungen von großen Datenmengen werden in sogenannten Scheduled Tasks oder auf Deutsch zeitgesteuerte oder geplante Aufgaben, die einmal am Tag ausgeführt werden, ausgelagert und gecached. Dadurch wird die Darstellung von detailreichen Visualisierungen sowie die Gewährleistungen von kurzen Ladezeiten erst ermöglicht. Sehen wir uns nun den Learners Corner im Detail an. Er umfasst fünf verschiedene Widgets. Der Planer gibt eine Übersicht über vergangene, aktuelle und zukünftige Ereignisse und ermöglicht so einen Überblick über den eigenen Fortschritt auf einen Blick. Ebenso bietet er ein umfassendes Benachrichtigungssystem, welches individuell auf die Lernenden konfiguriert werden kann. Mit dem Grade Monitor wird ein Tool zur eigenen Leistungskontrolle und Selbsteinschätzung zur Verfügung gestellt. Das Activity und das Time Overview Widget liefern Informationen darüber, wie intensiv Lernende sich mit den angebotenen Ressourcen im Kurs beschäftigen. Abschließend ist noch das Learning Diary Widget. Dieses bietet den Lernenden die Möglichkeit, ein detailliertes Lerntagebuch zu führen und so das eigene Lernverhalten aufzuzeichnen. Da der Lernerscanner sowohl Lernende als auch Lehrende unterstützen und daher von beiden genutzt wird, stehen zwei Perspektiven auf das Dashboard bereit. Die Perspektive des Lehrenden bietet Einstellung und Konfigurationsmöglichkeiten, wodurch eine Individuisierung des Lernerscanners ermöglicht wird. Weiters liefert sie eine Übersicht zum Kurs, wie Ressourcen verwendet werden oder auch wie Lernende ihre eigenen Leistungen einschätzen und planen. Bei der Perspektive des Lernenden steht die Interaktion mit dem Dashboard im Fokus. Damit soll das selbstständige Planen und Ziele setzen gefördert werden. Das Planner Widget ist ein nützliches Tool für Studierende in der digitalen Lehre, um den Überblick über ihre Termine und Ereignisse zu behalten. Auf einem Zeitstrahl tragen Lehrende zu Beginn des Semesters verschiedene Ereignisse auf, die in diesem stattfinden werden. Dies kann wöchentliche Ereignisse wie Vorlesungen oder Übungen beinhalten, aber auch spezielle Ereignisse wie Abschlussprüfungen oder Abgabegespräche am Ende des Semesters. Dabei bietet das Anlegen eines solchen Ereignisses eine Reihe von Möglichkeiten. Verpflichtend sind der Anfangs- und der Einzeitpunkt, ein Typ sowie ein Titel. Weiters kann das Ereignis auch nur einer bestimmten Gruppe im Kurs zugeteilt werden, zusätzliche Informationen enthalten oder einem Abhaltungsort, physisch oder digital, zugeordnet werden. Ob das Ereignis bereits sichtbar sein soll für Lernende, ob es sich um ein verpflichtendes Ereignis handelt und ob dieses benotet wird, kann am Ende des Formulars eingestellt werden. Unter Einstellungen kann der Lehrende das Start- und Enddatum des Planers einstellen sowie Ereignistypen erstellen oder adaptieren. Damit Studierende nichts verpassen, wenn sie auch einmal nicht auf das Dashboard sehen, bietet der Planner auch ein Benachrichtigungssystem. Dieses kann der Lehrende aktivieren und individuell konfigurieren, bei welchem Typ von Ereignissen die Studierenden benachrichtigt werden sollen. Falls der Lehrende es wünscht, kann er den Studierenden, die individuelle Adaption dieser Benachrichtigungen ermöglichen. Das Benachrichtigungssystem setzt dabei direkt auf das Moodle-Eigene, weshalb standardmäßig Nachrichten innerhalb Moodles sowie per E-Mail möglich sind. Wechseln wir nun auf die Lernendenperspektive. Hier sehen wir den Zeitstrahl mit den Ereignissen. Ist ein Ereignis grün, wurde es bereits als erledigt gekennzeichnet. Ist es gelb, steht es kurz bevor. Bei Rot hat das Ereignis bereits stattgefunden, wurde aber noch nicht erledigt. Graue Ereignisse befinden sich noch in der Zukunft. Dabei obliegt es Studierenden selbst, ob sie ein Ereignis als erledigt kennzeichnen oder nicht. Damit Studierende ihr Vorgehen und Lernen selbst bestimmen können, haben sie die Möglichkeit, eigene Meilensteine anzulegen. Diese sind ähnlich den Ereignissen aus der Lehrendenperspektive aufgebaut. Zusätzlich kann auch hier das Benachrichtigungssystem aktiviert werden und sich so der Lernende an stehende Meilensteine erinnern. Insgesamt ist das Planner-Widget ein wertvolles Hilfsmittel für Studierende, um ihre Aufgaben und Termine zu organisieren und den Überblick zu behalten. Durch die Möglichkeit, eigene Meilensteine anzulegen und das Benachrichtigungssystem zu aktivieren, kann der Planner individuell an die Bedürfnisse und Arbeitsweisen der Lernenden angepasst werden. Als nächstes sehen wir uns das Grade Monitor Widget an, welches von unseren Studierenden nicht nur sehr gewünscht, sondern auch mitdesignt wurde. Der Grade Monitor ermöglicht es den Studierenden, ihre Leistungen im Kurs zu planen und abzuschätzen, ob ein gewünschtes Ziel erreicht werden kann. Das Widget nutzt das Grade Book von Moodle, welches eine umfassende und flexible Möglichkeit zur Verwaltung von Bewertungen und Noten bietet. Zu Beginn des Semesters werden die Studierenden aufgefordert, ein Ziel zu setzen, welches als Grundlage für die eigene Planung dient. Der Grade Monitor ermöglicht es den Studierenden, ihre eigene Selbsteinschätzung bei den verschiedenen Leistungen abzugeben und vorherzusagen, ob das angestrebte Ziel erreichbar ist. Im Verlauf des Kurses werden die verschiedenen Aufgaben vom Lehrenden bewertet und die erreichten Punkte werden im Tool angezeigt. Durch diese kontinuierliche Begleitung durch das Semester können die Studierenden ihre Ziele immer weiter anpassen und doch noch das gewünschte Ergebnis erreichen. Das Tool zeigt auch den Durchschnitt aller Lernenden im Kurs bei den Aufgaben an, was den Studierenden eine Vorstellung davon gibt, wie sie im Vergleich zu anderen Lernenden abschneiden. Nun zur Perspektive der Lehrenden. Das Grade Monitor Widget liefert eine aggregierte Visualisierung über die Performance der Studierenden und stellt die gesetzten Ziele, die Vorhersage sowie die tatsächliche derzeitige Note dar. Darüber hinaus ermöglicht es dem Lehrenden, die Entwicklung der Studierenden im Wochentakt mitzuerfolgen. Abschließend lässt sich sagen, dass der Grade Monitor den Studierenden eine wertvolle Möglichkeit bietet, ihre Leistungen zu planen und zu optimieren, während Lehrende einen Überblick über die Entwicklung ihrer Studierenden erhalten. Beim Activity und Time Overview Widget dreht sich alles um die Aktivität der Lernenden im Kurs. Die Lehrenden bekommen angezeigt, wie viel Zeit die Lernenden im Schnitt mit den verschiedenen Aktivitäten im Kurs verbringen und so eine Vorstellung darüber, mit welchen Aktivitäten die Lernenden sich am intensivsten auseinandersetzen und wo sie am meisten Zeit investieren. Die Perspektive der Studierenden stellt wiederum den Lernenden selbst in den Mittelpunkt. Hier wird die eigene im Kurs verbrachte Zeit mit dem der anderen gegenübergestellt. Dies vermittelt ein Bewusstsein dafür, womit sich die anderen Kursteilnehmerinnen beschäftigen und worauf sich der Lernende tendenziell konzentriert. Wenn ein Vergleich mit anderen Lernenden nicht erwünscht ist, kann er deaktiviert werden. Da es für den Lernenden nicht nur relevant sein kann, wie viel Zeit durchschnittlich mit den Aktivitäten im Kurs verbracht wird, bietet das Widget noch eine Detailansicht. Diese visualisiert, wie viel Zeit der Lernende tatsächlich im Kurs verbracht hat und wann genau dies geschehen ist. Ebenso bietet es eine Gegenüberstellung zu den anderen Lernenden und deren Durchschnitt. Zuletzt sehen wir uns noch das Learning Diary oder Lerntagebuch an, ein Werkzeug zur Selbstreflexion und Selbstorganisation beim Lernen. Damit kann der Lernende die eigenen Erfahrungen und Gedanken über den Lernprozess aufzeichnen. In einem Lerntagebuch können Lernende zum Beispiel ihre Fortschritte, Schwierigkeiten, Erfolge, Lernstrategien und persönlichen Ziele notieren. Unser Widget bietet ein breites Spektrum an Auswahlmöglichkeiten. Verpflichtend ist hier nur ein Titel und eine Zeitspanne. Optional kann auch ein Ziel angegeben werden, welche Aktivitäten derzeit genau getätigt wurden und welche Materialien dabei zum Einsatz kamen. Um die Selbstreflexion zu erleichtern, gibt es einen Fragenkatalog, der dabei helfen kann, wichtige Aspekte des Lernprozesses zu reflektieren und zu analysieren. Das Learning Diary kann somit eine wertvolle Unterstützung beim Lernen sein, da es Lernenden hilft, ihre Fortschritte zu dokumentieren, ihre Lernprozesse zu verstehen und ihre Ziele zu erreichen. Zusammenfassend bietet der Learners Corner mit seinen verschiedenen Widgets viele Möglichkeiten zur Unterstützung des selbstregulierten Lernens. Insbesondere der Planer erfreut sich bei unseren Studierenden große Beliebtheit und wird als besonders hilfreich empfunden. Wir freuen uns sehr über das positive Feedback und sind stolz darauf, ein Tool anbieten zu können, das den Lernprozess unserer Studierenden effektiv unterstützt. Wir sind zuversichtlich, dass der Learners Corner auch weiterhin dazu beitragen wird, das Lernen in der digitalen Welt zu erleichtern und zu verbessern.